Liebevoll zusammen, Liebevoll zusammen, Frieden frei, frei. So, meine Lieben, ich habe euch auch noch was mitzuteilen. Also, wenn ich das hier alles sehe, was hier so steht, dann habe ich so ein bisschen Gänsehaut. Ich persönlich möchte mich hier an jedem Einzelnen bedanken, dass ihr hier seid. Das ist ein bisschen Gänsehaut. Applaus 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 Das war's für heute. Komm ich jetzt im Fernseher hin? Ich bin jetzt im Fernseher hin? Frieden! Freiheit! Freude der Diktatur! Frieden! Freiheit! Frieden! Freiheit! Frieden! Freiheit! Frieden! Ich danke euch! Sie haben erinnert worden an eine sehr traurige Nachricht, die uns nie wieder erweitert. Und zwar, wenn ich die Komma-2-Papizisten zur Zode gekommen bin. Und wie auch immer, ich will überhaupt keine Spekulation machen. Es kann keinen Grund geben, keinen Menschen das Medizium. Und ich würde euch bitten, dass ihr noch eine Begänzung für diese zwei Menschen ein bisschen hier verraten. So, ich danke euch für eure Anteilnahme. Und kommt gut nach Hause. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Danke schön.